Donald Trump wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung angeschossen und wir schauen uns mal an, was genau können wir aus seiner Körpersprache lesen, was können wir aus der Körpersprache kennen. Ich habe hier vor mir ein Foto, das zeige ich dir auch gleich noch und das Interessante ist, das ist ein Foto, kurz nachdem die Leibwächter ihm aufgeholfen haben und nachdem er etwas wieder ins Publikum sagen oder zeigen konnte. Und ich zeige es dir einmal, damit du weißt, worüber ich spreche. Schau mal hier, du siehst hier, wie Donald Trump die Faust nach oben reckt und etwas ins Publikum ruft. Und da ich nicht groß schneide oder sonst was, habe ich es dir wirklich einmal so gezeigt. Und das Interessante ist, die USA-Fahne natürlich schön ins Bild gerückt. Die Leibwächter kümmern sich drum, sind vor ihm. Und interessant ist hier, schön die Faust von wegen ich bin stark. So ein Angriff, der macht mich nicht kaputt. So ein Angriff macht mich noch stärker. Überlegen wir mal, welche Wirkung dieses Bild, diese Geste auf den Wahlkampf haben wird, auf die Wähler haben wird. Überlegen wir mal, was da passieren wird, wenn Menschen das sehen. Er kann das zukünftig in jedem, wirklich in jedem Wahlkampf-Spot, in jedem Wahlkampf-Auftritt nutzen und sagen, ich bin angeschossen worden, für euch gehe ich durchs Feuer. Also Wahnsinn, was da passiert. Nochmal, das ist eine schlimme Sache, die da passiert ist. Mir geht es nur darum, was passiert körpersprachlich. Hier sieht man auch noch, wie Blut an seinem Kopf ist. Es gibt ein anderes Bild, da sieht man ihn so. Was nichts anderes heißt, als von wegen ich bin fokussiert, ich schmolle jetzt erst recht. Das ist etwas, was wir erleben werden. Wir haben eine ganze Menge bekommen, dass die unterschiedlichsten Personen natürlich sofort alles verurteilt haben. Ob es Obama ist, ob es unser Kanzler Scholz ist, ob es Biden ist, völlig egal. Natürlich verurteilen die diesen Angriff und das gehört sich auch so, auch wenn man gegeneinander im Wahlkampf ist. Sowas gehört sich nicht, egal was da passiert. Ich sage deutlich, weder Biden noch Trump noch sonst wer wird von mir hier unterstützt. Mir geht es darum, was sehen wir körpersprachlich. Insgesamt ist hier wichtig, Trump geht direkt nach dem Angriff runter in Deckung. Und schau mal, wie er das macht. Das Video kannst du überall hier sehen oder in den Nachrichten. Und du wirst sehen, was er da macht. Wir gehen sofort in diese Babystellung rein. Wir gehen in Deckung. Wir machen uns so klein wie möglich. Die Urinstinkte sind sofort da. Unfassbar, was da passiert. Und als er dann in Sicherheit ist, der Attentäter wurde umgebracht, helfen ihm die Bodyguards, die Secret Service auf und sofort, sofort, und ich sage, das ist ein Automatismus bei Trump, sofort legt er los, ruft was ins Publikum und die Faust geht hoch von wegen, ich bin stark und werde stärker zurückkommen. Nichts anderes wird hier körpersprachlich gebracht. Insgesamt nochmal wichtig, er ist sofort wieder aufrecht. Er macht sich groß. Ich bin präsent. Ich bin hier für euch. Lasst uns gemeinsam kämpfen. Lasst uns noch stärker rausgehen. So, jetzt war nicht von mir Wahlkampf, sondern das ist das, was er symbolisiert. Unglaublich, wie dieser Mensch da wirklich sofort reagiert und Gas gibt. Wird er geschockt gewesen sein? Gehe ich von aus. Wenn nicht auf dich geschossen wird, ist auch er erstmal Vorsicht angesagt und so weiter. Ist auch er erstmal zurückhaltender. Aber sofort geht er in den Kampfmodus und legt los. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest. Ich weiß auch nicht, wie ich in so einer Situation reagiere. Aber das ist schon unglaublich, wie schnell er das macht. Auch die Stimme. Schau dir das Video an. Auch die Stimme. Du hast kein Mikrofon und trotzdem ist sie sofort wieder da. Ist kraftvoll. Also, da muss man ehrlich sagen, was er da macht, ist unglaublich. Ich bin sehr gespannt, was er in den nächsten Tagen und Wochen draus macht. Ich bin sehr gespannt, was er da so machen wird. Also, unglaublich. Ich lege es nochmal kurz weg. Guck mal eben, wenn du das hier siehst, auch mit welchen Augen. Vielleicht siehst du das hier auch. Die wachen Augen, die du sofort wieder hast. Und die Bodyguards, die sich da drum herum stellen. Die sind noch im Kampfmodus. Während er schon wieder im, ja, die sind im Bewachungsmodus. Er schon wieder im Kampfmodus, so wollte ich es sagen. Also, Wahnsinn, schau dir gerne die Bilder an. Es ist nicht schön. Es ist auch nicht fair. Es ist nicht in Ordnung, was da passiert ist. Sowas gehört sich nicht. Wahlkampf ist Wahlkampf. Und es sollen die besten Argumente oder auch die besten Wahlkampfleiter sich durchsetzen, wie du siehst. Aber es ist interessant, was du aus diesem einen Foto alles erkennen kannst. Wenn du sagst, Mensch, was ist denn das für ein Kanal? Hier geht es um Rhetorik, Kommunikation und wie wir besser miteinander reden. Hier mal das Thema Körpersprache. Und wenn du meinst, hey, das ist ja ganz cool, schau mal unten drunter. Da habe ich dir auch einen Online-Kurs hingepackt. Körpersprache erkennen. Vielleicht interessiert es dich. Wenn ja, schau mal rein. Die ersten Lektionen sind kostenlos. Und dann, kleines gilt, große Wirkung. Gerne den Kanal abonnieren. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer du das siehst. Und vielleicht schaltest du mal wieder ein. Bis dann. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer du das siehst.